Tja, liebe Leute, was haben wir heute? So, man muss mal dazu sagen, wie ist Rrunde 3? Heute war jemand hier, der meinte, die Kollegen haben sich beschwert. Und zwar, weil es angeblich zu schmal ist, dieser Gang hier. Dieser ist 95 cm breit. Natürlich, meine sehr geehrten Müllmänner, die werden natürlich für euch jetzt diesen Schrank auch nochmal drehen. Habt ihr noch mehr Platz zum Durchlaufen? Ich glaube, dann sollte es aber genug sein. Ja, Mensch, der Kollege von Berlin Recycling ist auf alle Fälle begeistert schon mal von dem freien Felde hier. Aber mit dem komme ich auch super klar. Also da gibt es keine Schwierigkeiten. Tja, wie weiter? Wie jetzt? Wie machen wir weiter? Kamera! Ach so. Naja, kein Problem damit. Er will nur selber. Wenn ich rufe, das hat er mir gesattet, ist er auch nicht. Ich mache jetzt einen Auftrag. Ich habe heute einen Auftrag. Einen Auftrag, den ich filme. Muss ich ja machen. Auftrag, also ich glaube, ihr könnt das auch machen, oder? Ja, liebe Freunde. Ich wünsche dir mal, was? Ja, bis dann. Ciao, ciao. So? Ja, ich bin früher. Durchhalten. Na, so muss es sein. Hand in Hand, liebe Leute. Nicht gegeneinander. Also schneidet euch mal eine Scheibe ab. Was ich gar nicht machen muss, das Schloss ist auf. Sattel muss runter. Echt, Mann, nein. Das Sattel, den stellen wir nachher runter. Also das machen wir eigentlich jetzt. Das stört er im Moment ja nicht. Jetzt wird erstmal gecheckt, ob der Antrieb funktioniert. Die Pedalen laufen richtig gut nach all der Zeit. Guck mal, wie langsam die sich zurückdrehen. Das heißt, die laufen satt im Fett. Tatsächlich ja immer noch. Nach der ganzen Zeit. Das ist gut. Die Schaltung hinten funktioniert. Oberer Anschlag, untere Anschlag. Ein bisschen Fett auf die Kette, das muss sein. Das merkt man, hier oben schleift es am Umwerfer außen. Den müssen wir ein bisschen rausziehen. Hier. Dann müssen wir nur mehr Spannung geben. Das tue ich jetzt hier oben an diesem Rädchen. Dreh die Schraube noch ein bisschen weiter raus. Und jetzt dürfte es nicht mehr schleifen. Schleift aber immer noch. Das führt mich zum ersten Bremsentest, den es nicht besteht. Der Bremszug ist komplett verrostet. Der muss getauscht werden. Und ich bin so ein Depp und war schon so lange, indem er hier im Laden kriegt die Krise. Wirklich. Kann man so gescheuert sein wie der Tommy. Ich habe den hinteren Kranz, äh, hinteren Schaltung eingestellt. Also ich möchte mal behaupten. Hier gehört alles grundsätzlich komplett gereinigt. Züge getauscht. Okay, ich stelle es erstmal vorne ein. Aber bieten bescheuert. Das ist doch Quatsch. Das ist doch falschrum drin. Äh? Die Grippschrift ist falschrum angebaut. Naja, natürlich. Die Grippschrift ist falschrum angebaut. Das, ich will ja immer nach hier schalten, aber jeder kann nicht. Man muss nach vorne wegschalten. So, also ich muss offensichtlich die ganze Hand irgendwie zerlegen auseinandernehmen. Das schreibe ich jetzt erstmal mir alles auf, was das alles ist. Bremszug einmal. Moin. Komm doch rein. Zwei Mal. Ja, eine Reparatur bitte, was? Na, was denn? Die Gangstattung hinten habe ich kaputt gefetzt mit der Kette. Und zwar, das Grundproblem ist, dass das Rad so weit, also dass die Kette nicht genug spannt, dann raushüpft, so wie jetzt. Ja, und dann fährt sie aber hier teilweise in diesem Zwischenraum und dann habe ich weitergetreten und dabei habe ich diese Ringe kaputt gemacht. So das. Ja, ja, klar. Wenn die Ringe kaputt, dann kannst du nicht mehr schreiten. Mein Ring. Und irgendwie das halt... Ja! Ja, ja. Mensch. Ey, grüßt. Moin, moin. Bist ein bisschen dünner im Boden. Ist immer noch das gleiche. Nee, nee, aber nicht. Na doch, irgendwie siehst du so aus. Also ich koche. Wie ist der Stress da? Ach, na ja. Nun, komm, woanders mal, du willst, ob du hast. Wenn du bei der Gnade arbeitest und dann hast du dann vielleicht mal zu arbeiten aufgebracht. War ja nicht geplant, dass ich jetzt hier... Und ein Schuftes. Ja. Schön mit Kaffee sei, wie du hast. Kamera läuft, aber kann ich jetzt auch vorbei? Jetzt ist er ja. Vielleicht dachte ich, woher in die Regen da eigentlich gesagt, ich muss mal eben weinen, aber... Wir wissen ja, wer hier ist gerade. Wer redet denn da? Wer ist denn unser, äh... Bundespräsident? Walter Steinmeier. Mann, 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 Mann. War der nicht mal Vorstandschef bei... Infinix? Ja. Was? Aber war weiter Chile der erste Bundespräsident? Was hab ich denn nicht wissen? Du hast doch gelernt. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was Wissen angeht. Ich weiß gar nicht vom Wissen. Dann leg ich runter, ich war hoch und dann kam gleich noch ein Messrädchen, die wir so vorgefahren haben. Ich hab mal eine BDSR, ich hab ja gesagt, das ist hier alle zu eng und so, jetzt muss ich das hier alles vermessen. Ich hab deswegen halt das hier gedreht und halt ein bisschen, ne? Und hab das hier so gedreht. Aber das ist das hier stand, hat er gemessen und meinte, na ja, 80 cm müssen sein, die waren aber 95. Also was hat er so viel reift? Ich hab das jetzt hier, es geht immer und die war ein bisschen viel. Ja, da hab ich schon gesagt, wenn du so ja barfuß durchgehoben. Ist das jetzt barfuß? Sind das Arbeitsschutz, das ist so dicht? Ich schade, wenn ich ja gut wäre, doch wenn du ein Stück ruhigen Teppich hättest. Und dann hier, ja, nur für die BDSR. Ja, natürlich. Das ist nur von der BDSR zu betrieben. Ja, das wäre doch gut, oder? Dann haben wir denn die rote Eingangsbande und die an die Koffen machen wir noch so viel Feuerwehren. Schwerst links und rechts ab, damit sie, ja, ich stelle mir das noch hin hier, als Sekurationsschutz. Und dann wird auch noch nie die Idee, oder? Die oranischen Wädenchen aushängen, heute kommt die BDSR, wir schmücken nun für die BDSR. Wink-Elemente von der BDSR. Links und rechts vom Laden. BDSR-Wimpel. Ja, die Kletters rausgesprungen und dann auf diese Plastikringe rufen, die hat er dann offensichtlich zerstört. Jetzt bräuchte ich so eine Ringe halt. Ich hab das da echt bei dem Video gesehen, dachte ich mir so, was hast du nicht gesehen, hast du nicht gekauft hast? Ich hab das nicht wahrgenommen, also, naja, wenn es denn da ist, ja, aber in dem Moment, wo ich es gekauft habe, hab ich es halt nicht gesehen. Ich hab das nicht wahrgenommen, irgendwie, und hab es ja dann auch nur weggestellt, hab mich ja nicht mehr drum gekümmert. Das war, wann hab ich es gekauft? Am 2. November? Ich meine, da hatte ich schon zu. Da hab ich es nur noch hingestellt, mit abgeschlossen und das war. So, dann wollte ich mir das irgendwann mal vornehmen. Ja, aber das kann man da machen, nicht? Nee, das ist der Raum, das ist die Asche. Verkauftet wieder, das ist der Einkaufspreis und fertig. Die Boxen-Tarts. Ach, das ist doch blödsinn. Ist doch blödsinn. Ist doch blödsinn. Ach, muss ja nicht auch mein Brot werden. Hier ja nicht live, oder was? Oder bist du live? Ich bin nicht live, nee. Und live ist ja eh jetzt gerade ein kritisches Thema. Hallo, hier. Ich bin aber semi-live, also, ich kacke hier. Wer will sie für den Versand abhaben? Ich kann schon ein bisschen verschicken. Nee, da kommt die Winde, definitiv. Das merke ich jetzt schon. Das ist so scheiße. Einer Seite ja, anderer Seite nein. Meist ist es ja so, dass es hier hinten, also da bleibt dein Stück Gewinde klemmen. Und du machst es ja erst kaputt, indem du das komplett rausdrehst, weil du dann dieses Stück Gewinde mitnimmst und dann durch alle Gewindegänge drehst. Also insofern ist es kein Problem, dass es jetzt kurz bewegt wurde und wieder festgemacht wurde, weil das ist nicht mal eine Viertelumdrehung hier. Aber man merkt schon, dass es sich nicht löst, tatsächlich. 214 Euro. 214 Euro und verschenkt. Möchtest du mal behaupten? Wir zahlen dir nicht. Ja, du musst doch in einer, der immer in einer Arbeitsvorschrift arbeitet. Bei der BSR. Ja, das kann man wirklich nicht vergleichen. Wir arbeitest du keine Chance. Wieso? Wolltest du jetzt was sagen? Na, sag mal, also jetzt ist ja wirklich ein harter Job. Jetzt hör mal auf hier. Was sagt denn der Tennis da? Das ist ja unglaublich. Die Jugendtasche, da nehme ich bestimmt 120 Tonnen in der Hand. Was macht die BSR? Oh, 120 Tonnen in der Hand. Na ja, ich bewege die aber noch. Ja, die auch. Die rollen die von A nach B. Oh, die Tonne. Oh, eine Tonne? Ja, eine Tonne, die ist ja. 10 Kilo oder was? Also, eine Tonne. Ja, eine Tonne. Na, wenn sie so BSR, die nehmen die O-Tonnen in der Hand. Ein Mann, der den das liegt, das ist ja auch weit aus dem Fenster. Ich glaube, wir müssen mal so, ich tausche meinen Job. Ding machen. Wie auch hier, ne? Der macht, er macht BSR für jeden Tag und darf wir machen die jeden Tag na ja, der macht es ja, im Moment ja, man wollte nicht auf der Handelbeine liegen. Also klar, heute habe ich ja immerhin schon mal einen Einstellungstest bei der Polizei absolviert. Dann machen die demnächst den Einstellungstest bei der Polizei. Vielleicht hättest du das gehen, das machen sollen. Ich bin aber zum Jungschen dynamischen B.S.R. Man tauschen, der schnell den Einstellungstest macht bei der Polizei. Der ist bestimmt für einen Computer, Maus bewegen und so. Naja, die sind nur fit. Na, die sind alle. Haben doch nie gesoffen richtig. Scheiße, hauptsache hast du mit Lanz und Loria verloren. Naja, aber selbstverständlich. Also mit Würde, Würde bin ich gekommen und mit Würde bin ich gegangen. Und hätte ich bestanden, würden sie mich nehmen. Aber ich hätte mich nicht nehmen, ich hätte sie nicht genommen. Andi, du hast gewonnen. Ist nicht geworden. Da bist du ja Andinator. Naja, im Grunde genommen hätte man schon jemanden bei der Polizei gebrauchen können ab und zu mal. Verkehrregeln und so. Dann hätte ich gesagt, lass mich doch mal durch. Dann hättest du gesagt, ach Tommi, du bist du, da komm noch. Dann fahr auf. Dann hättest du ein bisschen länger grün gelassen für mich. Ja, natürlich. Weil ich jetzt werde ich hier eine Sicherheitsfirma gründet. Also ich habe meine Sicherheitsfirma gegründet 1998. Ja, das ist noch gut gewesen. Jetzt hast du ja keine Chance mehr entschieden. IDM Security war nicht. Da gibt es doch. Ne, leider nicht mehr. Die Hälfte der Zeit seines Lebens wartet der Deutsche vergebens. Man sieht das wirklich schlecht, wenn du da was vor hast und du hast eine geile Idee und du steigst in der richtigen Zeit rein. Ja, aber du bist wirklich. Ich werde noch übel gewesen. Also war gut. War gut, klar. Das hat ja auch funktioniert. Ich meine, das war schon Sicherheitsdienst. Also jetzt gucken wir doch mal, ob er recht hat, ob er der King ist des Zerstretens. Weil es sieht nämlich eigentlich genau so aus, als wäre das noch ganz gut. Ja, finde ich auch. Ist einfach nur runtergerutscht hier. Ist nicht gebrochen. Da muss er sich den nächsten Mal mehr mühchen, oder? Ja, muss ich leider enttäuschen. Obwohl hier ist ein kleiner Takt drin, aber. Ei, ei, ei. Dann hat er eine kleine Irritation hervorgerufen, der gute Mann. Wenn ich gleich anrufe kann, kann ich sagen, holt er den Rad wieder ab. Das war wahrscheinlich ganz enttäuscht. Ich dachte, ich wäre der King auf den Ring. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Und wird nie vom Himmel fallen. Keine Ahnung, er hat mir zu Silvester kam herum, hat ans Scheibchen geklopft und hat dann weitergefeiert. Ich habe gesagt, ich muss noch arbeiten, lass mich mal arbeiten. Und er, hör, wieso arbeiten? Also er hat ja nicht geredet, er kann ja nicht reden. Aber ich meine, man kann ihn ja verstehen. Komm doch raus und feiern. Und dann meinte ich so zu ihm, nee, nee, ich muss arbeiten. Meine Kinder schlafen und alle. Ja, die Familie hat verpennt. Ich war alleine Silvester. Prost Neujahr. Und das Neues, Tommy. Oh ja, danke. Du warst mit den Kindern draußen? Ja, aber nicht Silvester. Achso, nicht 0 Uhr. Nicht 0 Uhr, natürlich. Meine Kinder alle schon gepennt, schon lange. Meine Frau hat daneben liegen und Oui pennt, schon lange. Ich war mit den Kindern draußen alleine. Ich war auch im Bett mit meiner Frau. Ich habe eine cool Monroxie verhebt und gehabt. Fantastisch. Um die Ecke ist Dennis fast gestorben, quasi. Ich habe ja erst 2001 beim Bezugsamt angefangen. Ach, wir arbeiten öfter für den Start. Sehr interessant. Na, hier, Bezugsamt, arbeitet sich hoch, jetzt Polizei. Ja, ich bräuchte jemanden tatsächlich, der filmt bei so einer Sache hier. So kann ich, ich kann ja kein Video von solchen Dingen machen. Ich brauche beide Hände. Ja, ich kann mir leider noch nicht leisten, dich anzustellen. Denn das ansonsten würde ich das ja tun. Aber ich habe bei YouTube, die Werbung bringt man nicht so viel. Schade. Ansonsten wäre das natürlich, klar, geil. So machen das ja die anderen hoch. Die stellen im Grunde genommen ja die ganzen Leute dann ihre Kumpels an. Ja, Kumpels und Freunde und so. Alle machen mit. Der Ede macht dann Musik, halt produziert Musik. Das ist halt so ein Teufelskreis. Man kommt nicht auf die Beine so richtig. Na, damit nicht alle würden auch. 137 sind es bis jetzt so. Ich habe nicht die Zeit. Das ist ein Problem. Das ist doch das. Wenn wir das richtig erfolgreich machen. So viel Zeit, weil ich drin nicht steckt habe. In den letzten Jahren, in den Dinger. Das ist bestimmt die Hälfte der Zeit. Ich hatte hier schon stehen. Willst du den Automaten eigentlich immer noch verschenken? Denn es ist eh. Jetzt geht nicht mehr. Jetzt steht er wieder. Ich würde ja passen, aber wenn er wieder mal loswerden will, dann nehme ich den gerne ab. Den steh ich mir in meine Hütte. Sag mal, wie hieß denn die Sendung mit Andi eigentlich? Die würde ich mir sehr gerne angucken. Der Andi war doch bei Vera am Mittag. Ich glaube, der war irgendwann mit so einer klassischen Schule. Genau. Aber wenn der weiß, wie die Sendung heißt, ey, das will ich mir zu gerne mal angucken. 20 Euro, wenn er es heute noch abholt. Ja. Das ist ein Geschenk. Ja, das ist schon klar. Hallo, Marlies. Hallo, Dennis. Frohes. Ja, frohes neues Jahr. Sehr schön. Wie vorgestern ist es schon alles da? Ja, das wären jetzt schon 1.500 pro Bild. Echt toll? Also super. Ja, das war wirklich 1.500 pro Bild. Das wären schon 6.000 Euro jetzt. Da hast du ein Video da drüber, dann finde ich sehr gut, muss ich sagen. Diese Zeitrafer immer alt ist. Ey, Künstler, brauchst du nicht, du brauchst jemanden mit Talent nicht zu sagen, dass er das wirklich gut kann. Ja, mein Vater findet auch toll. Also der war auch begeistert davon. Ich habe mir dann eine Kind mit meinem Vater. Der war nicht begeistert. Und mein Vater ist nicht so einfach zu begeistern. Aber zum Zahnarzt, ey, also dass man davon sexuell erlebt wird. Sexuell gleich? Ja, ja. Die Zähne anbohren und abbrechen, ey, wie es nicht. Also. Obwohl da alle drinne ist, also alt. Beim Kuitus mit dem Bohrer in den Zahn, ah, aber ich will auf den Lerf. Hilfe. Nee. Oh, was ist denn hier los, ey. Na, da gibt es ja viele Neigungen, aber das ist ja wohl echt aus Trägen wahr. Da ist ja lieber eine Zwiebel. Ja, hau, holen. Ja, ich habe einen Auftrag bekommen. Also im Grunde genommen kann ich eigentlich gleich weitermachen. Das ist jetzt halt gerade kein Bock. Jetzt muss ich ein Video machen, erstmal über das neu zu versteigern Rad heute. Ja. Gestern ist ein Rad ausgelaufen und der ist sofort abgesprungen vom Kauf. Wie ist es weit geht, dass der gekauft ist, gekauft? Bei eBay nicht. Bei eBay ist alles im Sinne des Käufers. Denn der Käufer ist das treibende Glied. Ohne Käufer gibt es kein eBay. Natürlich, ohne Frage. Und Verkäufer ist ein bisschen der Anja. Ja, ich glaube, ich werde mal bei der Nila vorbei gehen. Nicht, dass sie da steckt mit dem Ofen. Der lebt noch, der wird noch. Gut, tschüss. Tschau. Rindgehauen, bis, äh. Naja, bis Freitag, Freitag. Freitag, Freitag. Freitag. Freitag ist Freitag. Also bis gleich. Rindgehauen, bis, 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 bis.